So, dann nehmen wir das Gebäcknis, was wir hier haben und dann... Ja, ja. Ach, wir waren verkehrt. Ja, ja. Wieso waren wir den verkehrt? Weil wir in verkehrte Richtung gelaufen sind. Ach so. So, sonst muss ich den Film nochmal allsehen. Okay, falsche Richtung geflogen. So, gucken wir uns das Filmchen nochmal an. Oh, ich nehm den da hinten. Oh, Kollege. Sag mal an, was ist dein Leiden? Ich guck aber nochmal genau bei dem Video jetzt noch. So, aber angenommen. Ach, guck mal, der hat so ein Ding so. Also, wollen wir jetzt aufbrechen? Ihr seid verkifftet. Ja, dann nehmen wir das doch dem da mal weg. Wieso sind denn die auch vergiftet? Unsere tollen... Da vorne kämpft... Da vorne kämpfen Leute. Von uns. Von uns? Ich glaube, oder? Also, wir müssen jetzt, wie gesagt, so rechts hier aus dem Gefängnis raus. So, Gefängniswächter. Das ist das falsche Ziel. Sehr gut. Oh, da ist einer gestorben. Von mir? Meiner ist hier. Nee, 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 nee. Einen anderen Spieler. Einen anderen Spieler von uns. Von unserer... Glaubst du, ist hier dicht an der Kante lang? Ja, ich auch. Pegger kennt den Weg. Pegger hinterher. Ja, go, go. Hier ist ein Gefangenenlager-Such-Trupp. Ist das unser? Der ist grün? Der ist unser, ja. Elios. Elios sind immer unsere. Hallo. Geil. Das stimmt, der. Der andere ist ja auch. Und da oben ist das der Abgabeding. Ja, boah. In a hurry, Alter. Geil. Kommen die anderen nach? Ja, der kommt nach. Gut. Da oben, Alter. Der ist ja voll einfach. Jetzt taucht denn hier so ein Boss auf, Alter. Kommt einer auch nach? Ja, doch, er schafft's. Jetzt kommt denn hier so ein Boss. Pass auf. Das muss ich wahrscheinlich anklicken, oder? Nee, reinlaufen. Nee, nee, er muss da rein. Ja. Ja. Oh, jawoll. Ja, genau. Rennen. Rennen. Sie rennen vorbei. Ach, erst mal. Bisschen Luft holen. Ich bin zu verbundet, um zu fliegen. Rettungstrupp. Seht ihr ihn schon? Alles unter Kontrolle. Oh, Schizikowski. Regale General nicht. Wie ihr seht, ich bin zur Rettung der Gefangenen. Alle hatten die geile Rüstung, ey. Auf jeden Fall. Alles unter Kontrolle. So. Ach, hier ist eine. Wui, sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Ja, aber wo geben wir jetzt ab? Das Ding. Das war die Abgabe. Ja, aber haben wir schon Punkte gekriegt dafür? Nö. Weiß ich gar nicht. Aber die Quest ist weg. Das gefällt mir. Komisch. Ja, wo ist der jetzt? Kommt er noch? Der müsste gleich kommen. Der war ein Stück hinter uns. Wieder hier. Sehr schön. Hui. 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 So, jetzt ist die Frage, wo wir gehen. Ja, gute Frage. Achso, hier unten. Wir können jetzt die goldene Ding bei... Ne, Ruß. Beim Landeplatz unten. Boah, ich find das geil, wenn die so voll so langsam und sexy läuft, Alter. Ja, Porten war dahin. Haben wir was zum Porten? Ist da was zum Porten? Wo denn? Wohin? Gibt's nicht zum Porten? Zum Schwefelding. Guck gerade. Wo hab ich eigentlich meine... Teleporte? Oder wohin wollt ihr jetzt? Zum Landeplatz. Temiron festgelegt. Ah, ihr wollt zurück. Temiron. Ah, ich hab meine... Meine Rückkehr hab ich auf Temiron. Ach ja, meine auch. Glaube ich. Ich versuch's einfach mal. Oder T-T-Minnon. Ich versuch einfach mal. Du siehst ja, wenn du mit der Maus nur drauf gehst, wo du hinkommst. Wo hab ich meine Rückkehr? Ja. Teminon-Festung und hier hat wieder alles. Ja, genau. Unglaublich. So. Hier flackert wieder alles. Es ist unglaublich. Ging's? Mit der Maus rüber und dann siehst du es ja. Ja, ich weiß gar nicht, wo du das habe. Ah, die Fettigkeit oder was? Ja. Hast du die nicht rausgezogen? Ich hab die auf der Leiste draußen. Ich hab die auch auf der Leiste. Rückkehr da. Rechts. Rechts. Nee. Ich bin nur was Kreuzung. Ach, immer noch? Ernst. Alter, ich muss hier raus. Alter, hier ist alles dunkel. Hm, wie komme ich jetzt noch hin am dümmsten? Oh, war das eine Aktion hier gerade, ey. Hollad. Das war ein Teleporter, würde ich noch nicht anklicken. Ja, du musst jetzt kurz rauf zur Festung halt und dann wieder, äh, musst ein bisschen hin und her. Ach so, zur Festung, zur Schwiebelbaumfestung. Da ist ein Teleporter, sagt er ja, aber der ist, glaube ich, ist der aktiv oder ist der nicht aktiv? Was ist ein Teleporter? Weil die gehört doch gerade... Aha, nee, 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 du kannst nicht dahin, nein, du kannst jetzt, äh, zu Eltern zurück und dann halt da über, ähm. Ach so, okay, also den Umweg quasi. Ja, genau. Ja, wenn die Festung jetzt uns wäre, dann wär's ne Möglichkeit, ja. Ja. Hm. Wie sieht's denn aus mit der Zeit? Sind wir schon ne Stunde, oder? Na nicht ganz, nein. Hm, man kann sagen, wir sind jetzt bei, ja, 45 Minuten. So, mal gucken, was da... Einen führt euch zu mir. ...dingen es da meint, ne? Ja, ich denke... Warum gibt's hier immer nur geringe, Alter? Was müssen wir denn hier noch so machen? Ich hab jetzt mal den Quest noch abgegeben. Ja. Ach so, man muss hier noch ein Quest abgeben. Ja, was wir hier gemacht haben, die Befreiung. Wo ist denn das? Der goldene Stern auf der Karte. Ja, ja, aber wo? Ich lauf gerade in die Richtung. Dann flieg doch einfach. Hier sind auch da unten. Da unten ist. Da unten ist. Sind bestimmt diese Portale in die andere Welt. So. Ne, Reus. Ich erstatte Bericht. So, dann geh ich mal ganz kurz nach Sanctum. Ähm. Wie komm ich denn jetzt wieder da hin? Ach ja, da unten ins Loch springen. Gibt's hier außen an der Festung irgendwo ein Teleporter? teleporter ich will noch so dumm also geht er erst ab 29 okay konnte die schuhe mal färben gehen aber ich habe noch nicht das level dazu duschwanne hat ernsthaft einer den name duschwanne habe ich jetzt ausbildungslager das sind das ist noch eine quest okay warte gucken jawohl ich habe beim rechten habe ich jetzt noch eine quest angenommen noch mal für das lager da kann ich das auch mal holen sturm auf das ausbildungslager und lektion für die ausbilder moment ich habe jetzt ich habe jetzt genau genau das sind zwei das sind zwei instanzen ist immer noch ist es ist im gleichen ausbildungslager das eine war nur da ist das andere ist eine für eine gruppe halt also muss am besten der gruppe sein aber eigentlich ist in den stanz immer irgendwie eine gruppe aber ja jetzt habe ich sturm auf das ausbildungslager und habe die das links auch angenommen jedes waffenbeschaffung ach ich guck trotzdem mal ich hab das nicht aber instanz grubelisieren kann man ja immer doch ist auch in noch sagen ja kannst du auch mal annehmen wir fliegen da mal hin was zur waffenbeschaffung nehmen da in das lager mal gucken ja ob er da reinkommen und wie weit dass wir da kommen wo ist denn da ja da auf der seite wartet auf mir und ich hätte gerade noch im radius sehr weit ja irgendwo ach da unten her ist eine höhle oder mit welcher wie kommt man da will kann man da rein anklicken einfach ja wird verwendet oh ich klicke da was an ich komme auch ich komme auch auf zum ausbildungslager so was mal probieren die 1 da ist man da wieder alleine normal nicht da war ich mit wo die durch mal drin ok dann go anklicken go go ok ich gehe rein ich gehe auch rein auf zum ausbildungslager ja jeden fall bin drin ja ich auch ich mache mir in die hosen beweg dich mal 25 4 punkte ok wie was 25 4 punkt das 25 2 punkt hier vorne ja die kriegen war locker ja pull mal ein beim boss weiß ich noch nicht so mal an zu pull pecker warte scheiße kommen beide hast du deinen auch schon platt pecker ich habe einmal zu früh gedrückt was müssen wir denn hier warte 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 mal ich muss mal ganz kurz die quest wieder rein holen das ist nur ein ding wir müssen einfach alles killen hier alles töten alles was hier in dem gebiet druck mal drück mal m dann siehst du es das ist die festung hier am besten einfach mal alles alles töten hier noch sana festung ach du scheiße alles genau am besten ist immer so die fünf die für hier zwei punkt ja wir machen dann so ein rundgang aber wir machen erst mal hier ist kein blauer punkt weiß kein blauer punkt also hier wo ich jetzt die ist kein blauer punkt um mich rum was für ein blauer punkt dicht rum sein wieso brauchst du ein blauer punkt wo die wo die mobs quasi sind die wir töten müssen also die blauen bereichkreise ja ja wir müssen wahrscheinlich nicht bestimmte mobs killen sondern wir müssen hier einfach in die festung rein dadurch ein portal wieder zurück ja wir haben ja im inventar bei den items haben wir da so belagerungswaffe und das brauchen wir um das tor kaputt zu machen von ja also wir gehen jetzt mal das wäre da hinten irgendwo und diese und quasi über sondern hier oben das war doch hier oben oder ein 25 er war jetzt hier drüben war da da hinten wo ist ein glaubt also die feste richtung darüber ja ja klar ja klar du kannst hier oben rumladen ja die festung sieht man ja ja willst du willst du da ist aber runter nö wir können hier oben lang gehen wir gehen oben lang komm nicht drauf angehen danach geht sie wieder runter wir greifen einfach alle gemeinsam an weil boah war der billow ey so wen haben wir da mal gucken erstmal was wir hier haben 25 5 2 25 fünfer mal einen pullen am besten die werden beide kommen ja die kommen beide warte mal warte mal warte mal ich nehm den ich nehm den der tristan angreift nee 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 warte wir pega pull den rechten wir pull nur den rechten denn linken mach ich mal fest hier gut okay pull mal und jetzt voll auf dem rechten drauf das ist kein gültiges ziel genau jetzt gucken dass der nicht jawoll kalter balua blutfleck naja damit bei den 17 in der mitte du meinst der doktor das ist bestimmt irgendeiner der wieder mit heilkräften da sich wieder schützen kann ja wir sind es dann nehmt alle mal irgendwo die stellste attacke raus oder so und greifen wir den mal an das ist kein gültiges ziel alter war das ich kam gar nicht hin ich hab ich hab gar nichts gemacht alter ich schon aber wer kam die dritte kettenfertigkeit die so richtig schaden raushaut und dann war die ja das helft die hälfte von leben war grad weg auf jeden fall achtung warte ich gucke oh scheiße da kommt noch was oh verdammt oh in die lite scheiße oh nehmt den rechten noch den rechten oh scheiße ich bin kostet immerher mit der arschkrampe hier oh scheiße ja so kann ich auch nicht haben geile scheiße oh nehmt den herr hinten mal bevor ich sterbe warte 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 so oh meine fresse alter und hier oben ach so jetzt er weg action hier wir können mal wieder so ein portal bedingsel besteigen ja kannst du das ohne irgendwas oder brauchst du auch so einen scheiß ich weiß gar nicht wo das hinführt ich habe gerade auch gemacht jetzt okay mal gucken jetzt kommt vielleicht ein boss oder so nicht dass da ich weiß es nicht mehr alter machen wir keine angst hier der elite war schon ziemlich heftig ach du ledergürtel für mich 26 magie widerstand tp ich habe gepasst ja ist eigentlich eher was ja hier ist es plus tp also es wäre was für pecker gewesen oh oh okay hier sind wir durch da kann man nichts anklicken das ist ja nichts ne ja da passiert nichts ich habe ich glaube ich kriege Punkte dafür warte mal eben habe ich gleich 35 Punkte oder so hier unten ist ein Läufer ich probiere es auch mal und wird verwendet naja das auch ach weil wir hier durchgekommen sind gibt das Punkte ja ich habe ich glaube ich weiß es nicht oh ne das war jetzt sonst was noch ok ja keine ahnung ok komm wir schweben da jetzt runter Richtung Festung da die Legion liebt Nudeln achso warte ok warte dann komm ich hoch wieder wohin wir fliegen da auf die Festung drauf ja von hier hinten ähm aber wenn da Wachen stehen ja siehst du die Wachen da unten links beim Baum ja von dem zerbrochenen Baum da da landen wir und kloppen den gerade mal ich hätte ihn schon mal im Visier unten unten links vom Baum ja von dem zerbrochenen Baum da gut dann würde ich sagen go go oder Aufer Schnauze oh Überraschungsangriff heißt die Attacke hier hat auch super dazu gepasst ne also die äh die Kampftaktik war Überraschungsangriff Tor der noch Sana fest und hier steht auch keine Wachen ne kommen wir gleich wieder drauf oben oben auf der Mauer ja und hier auch dieser komische Vogel da vorne aber es sind 26,2 hier oben links rechts hat es auch noch Vögel ja aber das sind Elite dann die zweite also die Vögel nö du siehst am Balken das sind Elite hä wie am Balken ja guck mal der Balken der vor uns ja der vor uns der ist 26,2 ja aber es ist eine Elite wo sieht man das ähm du hast zwischen dem runden äh ja runden Dings wo halt die 2 Punkte drin sind und dem Lebensbalken ist ja oben unten noch so eine Zacke dran ja und wenn du jetzt Simon anklickst dann siehst du keine Zacken oder achso und die Zacken das ist Elite achso das heißt das Feldchen ist ja dann größer der andere Vogel da oben ist keine Elite das sieht einfach schön das sieht einfach schön verzierter aus als die anderen genau je verzierter das äh Symbol ist desto stärker sind die also danach kommt das also danach kommt das also danach kommt das Zeichen in Gold dann ist es noch ein stärkerer und dann wird es äh noch größer noch epischer also wir können es mal angreifen aber die hauen einfach mehr Schaden raus sie halten nicht ich würde eher einen Weg finden außen rum ich würde eher sagen wir suchen uns einen Weg außen rum na wir müssen aber da hinter diese Mauer müssen wir noch ja wir müssen da rein wir können nicht fliegen also müssen wir an dem Ding vorbei wir müssen den bekämpfen ja greifen wir alle gleichzeitig mal an und wenn ich meine Attacken durch habe dann gleichzeitig mal an okay verstanden gleichzeitig angreifen und wenn ihr merkt euer Leben wird zu klein dann wegrennen wir werden wir werden jawoll das war übrigens auch eine der wir besiegen mussten ja oh da habe ich nix jetzt gekriegt oder so noch Sana Beschützerin oder das ist bei Lektion für irgendwas gibt es einen von einem auf jeden Fall Lektion für oh die habe ich gar nicht sowas habe ich nicht die haben wir gerade angenommen das war von dem rechten Typen eben ja ich habe auch angenommen habe ich da einen ausgelassen teil mal den warte mal sofort außer es geht nicht dann ist Pech die Wachen auf den Mauern haben auch nichts mitbekommen ne he 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 ne kann ich nicht teilen ja dann war Pech ist egal ich kann nur die Brandlust bitte teilen ja die habe ich ja auch selbst ja so die auf den Mauern haben auch nichts mitbekommen ne 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 da vorne ist das Tor da brauchen wir die genau da brauchen wir die Kanone für was denn eine Kanone willst du hier schon angreifen oder oder sollen wir erstmal die hier rauf da weil da oben steht auch so ein Fritzen hier wo denn gleich hinter uns oben auf der Mauer da steht einer noch vor der Mauer ja vorm Aufgang halt wollen wir die zuerst mal ja komm ja das ist kein gültiges Ziel da Pillow hier erstmal die Mauer säubern sagste guck guck denne 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 greift die Festung an jetzt wollte ich da cool sein alter ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt auf jeden Fall 2000 pro Mob die werden auch immer geiler hier steht noch einer ach 25 fick dich doch das ist das falsche Ziel oh sehr schön so warte warte achtung links gestanden links das ist das falsche Ziel so dann vorne wer ist das hinten hinten ist wieder passt auf ganz hinten passt ganz hinten ist eine Elite sehr 23 die betöten müssen also ja dann eben ja dann gehört dazu der gleichen Quest die ich jetzt nicht habe okay also dann lass uns den mal angreifen oder mein Wecker hatte gerade sich gemeldet ja machen wir den noch kurz machen wir den noch kurz wollen wir den noch weghauen oder wollen wir das nächste Mal machen haha nein wir müssen uns ja gleich hier irgendwie dann positionieren wo wir dann weitermachen können das nächste Mal am besten wir machen noch die ganze Instanz da unten ist ja schon das Tor ja gut da drinnen gehts auch noch weiter ach du scheiße ja ich greife an hier los komm jetzt los ja es ist auch für Schnauze gibt es hier du ähm sie hat mich gefrostet Geredium fahr aus Feuer fahr aus in die Fresse oh die hat so ein Schild alter da ging kein Schaden durch wie wollen wir denn die kriegen wenn da kein Schaden durch geht alter gute Frage gab es da nicht irgend so einen so einen kleinen Trick auch ich weiß das gar nicht mehr aber jetzt ist das ist das Schild weg klopp nur lange genug in die Fresse dann geht das kloppen einfach auf die Schnauze geben und zwar richtig hart in äh Fresse yo oh jetzt müsste sie genau jawoll sie hat nämlich so eine Attacke wo sie sein äh ihr Schild lädt und wenn sie die Attacke machen will dann müsste sie eigentlich unterbrechen so ist das ein hässlicher Fisch äh weitermachen oder wollen wir jetzt hier uns hier oben positionieren wir kommen wieder hoch warte mal wir können ja kurz einfach wenn jetzt da dann gibt es dann halt vier Folgen oder so ja wäre das schlimm wäre nicht so schlimm oder kommen wir nicht hoch zum verstecken naja wir können uns zwischen die Tür stellen zwischen die Tür unten da war ja kein Mob war doch nicht der Flache äh ne hier spawnt ja nix weil hier spawnte nix hier zwischendrin hier spawnte nix hier spawnte nix weil das ist eine Instanz was tot ist bleibt tot ja gut aber wenn wir jetzt aufhören denn ja dann kommen wir wahrscheinlich eh nicht mehr hier drin nehme ich jetzt mal an Meinst du nicht? ich weiß nicht komm wir stellen uns sicherheitshalber mal hier zwischen die Tore hier waren wir hier war am Anfang überhaupt kein Mob auch beim unteren Tor war hier noch nix ja ich denke mal ne hier ist okay ja gut äh Foto ja ne ich würde mal sagen dann war das das mal für die Folge ja genau und äh vielen Dank fürs Zusehen nächste Folge machen wir weiter und bis denne Tschüss Tschüss finally dann Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.